Es gibt Superhelden und es gibt die stillen Helden. Das sind die Männer und Frauen, die in Unternehmen arbeiten, für die unser Kunde Festo seine Produkte entwickelt. Diese Einkäufer, diese Manager, diese Ingenieure, das sind Helden, für die wir eine Heldengeschichte geschrieben haben. Für jeden ganz persönlich seine eigene Heldengeschichte. Und wie das ging, das können Sie sehen, hier. Vielen Dank.